Acht Hufeisen. Wie viel Schaden machst du? Du machst 58 bis 68 Schaden. Das ist echt nicht schlecht. 59 bis 69. Genau das meine ich. Wir haben gerade 18 Punkte verbraucht, damit er einen Schaden mehr macht. Also ja, ein Minimum, ein Maximum Schaden, aber trotzdem. So, haben alle jetzt leeren 7? Nee, du nicht. Du kriegst jetzt die ganzen Hufeisen. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. So. Ein Hufeisen-Wähl. Na gut, das finden wir vielleicht noch in Kriegsbeier. Bringen wir uns bitte mal dahin zurück. Kriegsbeier. Taktischschutzes. Was? Nein. Jetzt habe ich mit beiden Taktischschutzes gesprochen. Ich wollte eigentlich natürlich mit Talan Taktischschutzes und mit Leitag der Götter. Du Taster, du Taster, du nicht Schatten. Du bist eigentlich die Gute. Talan hat dich nur infiziert. Jetzt bist du auch böse und gut und übermächtig und trotzdem nicht mächtig. Brumm. So. Oh, was haben wir hier? Tür, die nicht aufgeht. Okay. Du, das da. Die. Du, spring bitte. Gut, 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 gut. So. Ein König weg. Nein. Genau das meinte ich. Du. Du. Sei doof. Die, die. Na komm. Ich will dich wenigstens noch töten, wo wir schon wieder raus müssen und schlafen. Ja, du bist weg. Der andere ist auch fast tot. Nein. Komm, 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 komm. Talana. So. Vielleicht doch jetzt schon irgendwo hier schlafen. Er ist nicht grün. Raus, raus. Schlafen, schlafen. Licht. Richtiger Zauber diesmal. Mal wieder rein. Oh, wir haben nur noch vier essen. Das sollten wir uns gleich mal genauer angucken. Du. Taktisch ist es. Äh, da ging es nicht rum. Hier ging es rum. Du. Stunde der Kraft. Hau die. Ein Schlag tot. Haut die Echse um. Und hier gab es irgendwo in der Mitte einen Runtergang. Irgendwo in der Mitte einen Runtergang. Äh. Oh. Keine Könige. Sehr gut. Weg mit euch. Pöbel. Elendes Pack. Ah. Aber doch ein König dabei. Oh. Ja, einer. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Äh. Das hat mal gar nichts gebracht. Du. Kraftteilung. Pst. Gibt der Lana vielleicht ein bisschen mehr Lebenspunkte, bevor jeder wieder rumschießt. So. So. Gute. Komm, 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 schau. Weg, weg. Weg, weg. So. Dich auch noch. Du warst der Doryp, der uns wohl umgebracht hat. Weg. Oh. Zweiter. Doryp. Doryp. So. Dich weg und dann Hufeisen einsammeln, Kisten plündern und... Äh. Wapp. Wir halten so dermaast viel aus. Aber jetzt ist Ruhe. Kein Brummen, keine Grünzen, wir tauren. Alles gut. Oh. Und Gold. Geld. Oh. Ähm. Was machst du? Nicht wirklich irgendwas. Noch was drin? Oh. Oh. Ja. 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 Ist okay. So. Gibt es jetzt bitte irgendwo eine, wo ich schlafen kann? Hier drin. Bestimmt nicht. das ist also nein zum schlafen und hier beim brunnen werden wir garantiert nicht schlafen können also raus schlafen und springen mal bitte nach Neusorpikalien und schlafe nur zwei stunden ich glaube nämlich hier gab es ein Lehrer des Lernens hier war Feuer und Dingens hier waren NPCs nein hier waren die Klerikalen du flieg mal bitte Experte des Echsen sind Experte des Erkennens ich war mir eigentlich ziemlich sicher dass hier einer war hier war Kondition und Meditation Zeit der Wunde hier waren die Quests NPCs nee aber doch nicht hier außer es war irgendwo abseits können wir kurz zu den Häusern hier hin also in einem der Häuser hier war der verrückte mit den antiken Waffen den wir eventuell auch bald mal aufsuchen können wenn wir jetzt schon in so riesigen computergesteuerten Dingern rumlaufen dann kann sowas ja nicht mehr allzu weit weg sein das warst du genau da war das Labor und hier waren auch noch zwei Hütten okay dann habe ich mich getäuscht dann ist das wo anders gewesen nur wo lernen lernen wäre schon nicht schlecht vielleicht bei Iron Fist äh dazu müssten wir nur gleich wieder zaubern können genau du bringen wir uns nach Buck Iron Fist und hier klammern wir die nochmal kurz ab schön dass du da bist Schwerten können wir mal kurz mal unsere Waffen verkaufen weg weg das erkennen noch können wir verzaubern das können wir eventuell auch noch verzaubern 4 bis 10 Elektroschaden das ist sehr schick das kann weg das kommt da hin äh du braucht es nur noch genau jetzt kannst du auch lernen aus ihm hier hinten war der spirituelle Meister und sonst glaube ich nur bla bla Leute okay expert hat die Kondition du stehst im Weg Meister spirituelle Magie nix hmm fällt mir jetzt auch nicht wirklich an also ich weiß es war relativ am Anfang und das sind hier so die Anfangsgebiete oh tolle Experte bist du schon Jules Miles lebt in der Nähe von Burg Stone das war der pompöse Lord der auch gleichzeitig Diebesprinzess ist da können wir nochmal kurz hin weil dreifache Schaden zwischendurch klingt schon nicht schlecht Hufweisen und hier waren nur die 4 Rüstungslehrer also ja Burg Stone du bringen uns bitte nach da hier gab es glaube ich keinen einzigen Lehrer dafür in einer anderen Stadt da gab es aber auch nur 1,2 oh ja 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 obwohl unsere Helden noch langsam auf dem Niveau sein sollten wo sie sich selber alles beibringen können Hallo Experte am Bogen Keulenexperte Meister der Keule ist in Blackshire bist du schon Meister der Keule? Nein das wirst du Meister der Keule Chance für Bewusstlosigkeit okay Oh Hallo Nope Du mach mal Weg Ich hoffe die kriegen davon Schaden Kriegt ihr davon Schaden? Ja Weg mit euch Allesamt weg mit euch Äh Jo Einmal noch Nein nein nicht du Du kannst keinen Armageddon sprechen Bist du mal tot? Ja So das dürfte ein bisschen was Erfahrungspunkten gegeben haben Okay noch einmal So Jetzt Burgstorn Oh nö wir können nicht nach Burgstorn Achso wir müssen ja nicht reingehen Also ja wir dürfen nicht nach Burgstorn reingehen sonst landen wir wieder ein Jahr im Gefängnis Oh Hallo Und das wollen wir ja nicht unbedingt Geschlossen Geschlossen Schön dass du da bist Schön dass du da bist Ares Was für eine Nebenhäuser ne? Wie gehts? Meister Leder Rüstung Brauchstufe 10 Äh stimmt das wollten wir auch noch Aber ich glaube so schnell kommen wir da nicht hin Auch weil wir jetzt doch ziemlich zugeworfen werden mit Huf Eisen Ne Also ja Waffen alle auf Meister bringen Rüstung alle auf Meister bringen Und dann nachher die ganzen Schreine abklappern Oh hallo Durch Meister Nein Warum Stufe 8 Wir hatten bisher 7, 10 und 12 Warum fängst du jetzt mit 8 an? Jetzt bräuchten wir 2 Hufeisen die wir nicht haben Repariert Das ist doch ärgerlich und gemein überhaupt Repariert Rüstungsklasse 7 kann weg 17 kann hinten Ich weiß nicht Das kann weg Das kann weg Das kann verzaubert werden Kann weg Hier zufällig Hier ist gar kein Stahl Ne Ne Chane 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 Weg weg So was hatten wir noch Also durch müssen wir einen Punkt abwarten Rüstung müssen wir noch ein paar mehr Punkte abwarten Lernlehrer Ja Oh Meisterreparatur Stufe 7 und muss geschickt sein Äh Okay Also brauchen wir echt Geschicklichkeit Du mach mal So So wir sind jetzt alle geschickt 2.500 2.500 2.500 Sehr schön Jetzt können uns auch die Mädels alles reparieren was sie so tragen und dabei haben Wenn Lei dann gleich wieder bei Besinnung ist Lei Jetzt so Lei Genau, danke Hallo Ja Hallo Äh Nö Nö Zirkus Ich kann es kaum erwarten bis der Zirkus der Sonne kommt Ich war das ganze Jahr lieb Ich hoffe meine Eltern bin mir nicht mit zum Zirkus Hier ist gar kein Zirkus Neuer Monat Neuer Monat März Ne Oder das haben wir schon gemacht Also geguckt Hallo Da waren wir schon Da Hallo Waren wir auch schon Die Waffen bitte ist dann Erbsenzähler Hallo Wie kannst du nur Hallo Hallo Was? Zwei mal Wasserwandtypen? Na gut Äh ok Also hier auch nicht Wieder Lernlehrer Erfahren Weder Lernlehrer noch das was wir erhofft hatten mit dem Dolch Das heißt jetzt probieren wir Blackshire aus Um Kölnmeister zu werden Aber der wird bestimmt auch wieder Ah wir haben 9 Punkte das müsste eigentlich reichen Oh hallo Hallo Zirkus Zirkus der Sonne Sehr kurios mit dem Zirkus Hallo Du bist Experte Oh hallo Roland Das selbst Nein Oh hallo Zirkus Die sagen alle sie wären ganz lieb die Kinder das glaube ich denen irgendwie nicht so ganz Hallo Hallo Oh Hallo Rüstungsklasse plus 22 Stärke plus 22 Ich glaube die Rüstungsklasse bringt mir da gerade mehr Was hast du so Rüstungsklasse plus 6 Verzauber mal den Helm Rüstungsklasse plus 8 Das gehört Aber gut können wir nicht ändern So Haben wir wollen wir nicht Brauchen wir bedingt Sind wir Sind wir Sind wir Suchen wir Suchen wir Können wir noch nicht Speer Speermeister Können wir werden Aber ist wieder eine Nadel im Heuhaufen suchen Also wenn wir es nebenbei finden Speermeister wäre noch schön Und sonst brauchen wir erstmal wieder Skillpunkte Boah Gut Ich bin dafür unsere Helden pausieren jetzt kurz Und dann Suchen sie ihre Notizen zusammen und versuchen dann die Altäre nach und nach abzugehen Und nebenbei Nikolai zu finden und doch Stoßweise immer wieder bei Kriegsbayer rein zu gucken Um ein bisschen was freizuräumen Also einmal um diesen einen Kristall zu finden Das wäre der Beta Kristall Und auch um Hufeisen und Erfahrungspunkte zu machen Aber jetzt erstmal schlafen